Damit herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Ja, letzte Runde war ein Tod. War lustig noch im Nachhinein. Die zwei werden sich mal deswegen trennt. Ich geb euch Brief und Segeltropf. Da müssen wir ein Ohr umbinden. Hallo. Eine Person. Juhu. Quotenäger? Den gibt es nicht mehr an Quotenäger. Hä? Oh Gott. Was war denn? Der ist aus dem Spiel geflogen. Wegen Lisa. Ich würde jetzt noch mal Lulu waschen gehen. Weil ich müde bin? Weil ich müde bin? Sowas? Wie kann denn das sein? Stehe ich ohne. Was fällt dir da ein? Müde zu sein? Wie immer. Wie immer. Wie immer. Nichts Neues. So, na dann. Ich gehe schon mal los. Okay. Let's the snow, let's snow. Let's snow, let's snow. Let's to snow. Oh, da ist eben. Das ist schon eine ruhige Runde, oder? Ja. Gute Nacht, Mutti. Lass, Sön, hier, Zagokoppen. Die bleiben da erst mal liegen. Also hier vorne ist es schon verdächtig kalt. Bist du hier? In dem Haus ist es allgemein kalt. Mach mal die Heizung an hier. Hier hinten waren schon die Türen offen, aber... In dem Haus ist es sehr kalt. Wie sehr kalt? Ja, ich habe hier nichts über 10 Grad. Oh. Liefrig. Ja. Im Kessel ist der Knochen. Ist hier jemand? Ich hatte gerade 0,2, 0,5. Also ich würde sagen, hier. Da geht mal irgendwo rein. Der Knochen ist hier in dem... Fotoapparat. Fotoapparat. Der Knochen ist hier in den Knochen. Durch den Knochen ist in der Knochen. Werden wir uns in den Knochen zu Kurt. Ich würde es jetzt denken, ich bin mir nicht wundertprozentig sicher. Ja. Ich habe aber jetzt alle Räume abgeklappert gehabt. Die Vermutung. Ja, er ist hier. Das war ein alter Mann mit 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 Axt und sehr freizügig und er stand genau dort, wo du stehst. Ja, genau dort. Schön, schön, schön. Einen Ohr habe ich kennengesehen. Schreib bitte ins Buch. Wir gehen erst mal. Wir lassen dich unten alleine. Du Arsch! Er ist unten. Er ist unten. Ich habe ihn hautnah erlebt. Lisa, hast du einen Knochen schon mitgenommen? Nein, ich muss noch fotografieren. Ist schon fotografiert, dann kannst du ihn nachher mitnehmen. Geht lang. Ich bin einfach nur reingegangen irgendwo und habe eigentlich gesagt, geh weg. Nicht schon wieder. So, das müssen wir eigentlich machen. So, das müssen wir eigentlich machen. Fingerdrücke, Socken. Nimm ich mit. Bring mir eine Kerze. Hast du einen EMF mit? Ja. Ja. Nein, ich habe erst mal das EMF mit und ich habe einen Kruzifix mit. So, ich dachte, du nimmst noch ein kleines Satz mit. Nein, noch nicht. Okay. Hast du ihn gefunden? Ich habe ihn fotografiert. Sonst hätte er mich jetzt gehabt. Wahrscheinlich. Der ist mir nicht hinterher gekommen. Du kannst den Knochen nehmen. Der ist ganz schön aggressiv. Das Schweinehund. Der kommt direkt auf mich zu. Bei mir stand er in der Ecke und hat mich angeguckt. Der Arsch. Alter. Eingekackt. Die Hosen machst du selber sauber. So. Hier. So nah war er mir. Und er kam aus dem Raum raus, wo der Knochen drinnen war. Der hängt auf mich zu. Ja, du guck mal deine sanity an. Ist nett. Oh ja, nett. Ich weiß nicht warum. Der hat noch definitiv ne Jagd. Jetzt schon? Hier. Der hat Freude. Kann mal einer noch das zweite Crucifix mitnehmen? Äh. Nichts. Du musst die Kamera hier lassen. Ne, ne, ne. Nimm mal die Kamera mit. Ich hab's. Ich hab hier, äh. Gott. Kommischerweise, wo ich ein Foto gemacht hab, war er weg. Hatte die auch sofort aufgehört. Aber ein Phantom kann's ja nicht sein. Das kannst du ja nicht fotografieren. Ja. Der Phantom ist glaube ich auch nicht so genau zu sehen. Ja, deswegen. Das ist eigentlich schon ne Schattengestalt. Und. Ich bin nicht. Der ist schon aggressiv, der Typ. Der war genau hier. War das. Ja. Deswegen hab ich das eh den Crucifix dort schon hingelegt. Also Fingerabdrücke sehe ich keine. Schreib bitte ins Büro. Äh. Warte, warte. Ja, warte, ich bin dabei. Steht. Wir haben Gefriertemperatur. Ja. Hab ich auch gerade gesehen. Schön. Zumindest irgendwas. Wie schnell sie raus ist. Wui. Wumm. So, also. Gefriertemperatur. Na, es ist wenigstens was. Es könnte so vieles sein. Wiese alle, die immer eingefroren sind. Oh. Stopp. Eintragen. Ja. Oh. Ist denn so viel Sanity? Da gibt's. Da gibt's. Da gibt's nicht viele. Ja, ja. Da gibt's. Ein gibt's. Auf jeden Fall. Ein Phantom anzuschauen hat einen stärkeren Einfluss auf die Sanity. wäre ein. Ja, aber ich war jetzt bei 80%. Ich war kurz im Keller. Es war die Minute, die ich drin war, sind gleich mal 10% runtergeballert. Jurei haben einen stärkeren Einfluss auf die Sanity von Menschen. So, und was hat der? Da ist der Orb. Gefriertemperaturen. Dots. Oh, hab ich kenn's gesehen. Dots Hammer. Hab ich grad gesehen. Ah, das war okay. Habe ich vorher nicht gesehen. Dots Hammer sagst du. Dann könnte es schon in Jurei sein. Könnte. Jurei oder Oni? So einen Orb hab ich nicht gesehen. So, doch. Da. Ja, wo? Wo? Äh, doch. Doch, ja, dort an der Seite. Doch, ja, an der Seite. Doch, ja, an der Seite. Oh Gott. Oh Gott. Bei Lisa Schalz ist noch raus. Da. Ja, ganz kurz. Lisa hat irgendwas doppelt an. Oh. Nee. Weil wir hören uns doppelt. Nee. Oder du hast deine Kopfhörer zu laut. Nee, das ist genauso wie vorher. Weil wenn ich jetzt näher an die Schrank komme, höre ich mich doppelt. Nee, jetzt geht's gerade. Bitte mehr. So, dann haben wir da alles. So, wartet. Ich, oh Gott. Ich bin ja toll. Ich kann ja noch die... Dinge holen. Oh Gott. Die Bunshil? Ja, ja. Die Korpen. Achso, die Korpen. Wir müssen vielleicht die Katzen noch runter schaffen. Ja, ich geh. Denkste? Nimm dir doch mal Pillen mit. Da hab ich Krott genommen. Gut. Ja, dann muss ich auch auf den Fotoapparat. Die soll aber erst mal warten. Lisa, warte! Warte, bevor du anfängst. Frank will die Katzen noch runter schaffen. Ja, ja. Das dachte ich mir. Ja. Wir gehen auf Nummer 6. Ja. Ich fühl die Karten irgendwie witzig. Die ganzen Gesichter, die da drauf sind. Ich überlege gerade. Kann ich mich denn dann verstecken vielleicht? Irgendwo hier an der Ecke? Naja. Du kannst dich auch, wenn du dich hinstellst und nach vorne beugst, bist du mehr drinnen. Jetzt bin ich schon drinnen. Du bist doch richtig drinnen. Du bist richtig drinnen. Ja. Und ich? Ansonsten. Ansonsten. Du könntest vielleicht noch rauskommen. Wenn du nicht rauskommst, Lisa, hier hinten hinter die Pisten, kannst du dich maximal verstecken. Okay, klar. Oh. Ja. Gesehen. Komm raus, Schatz. Ich bin draußen. Toll. Jetzt kannst du nicht mehr aufheben. Doch. Die Kerze hat es auch nicht. Oh. Da ist er. Da ist er. Oh. Ja, wir müssen sehen. Dann ist er. Zividades sind alles drin. Ich trouche無 amplifier. Oh Gott, da ist er wieder. Egal, was ist der Typ. Alter. Ach, dort ist der. Wie er guckt. Das ist ein Event. Der singt. Warte, warte. Der stand aber auch nicht. Okay. Warte, 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 sagt er. Es war kein 10er Ausschlag. Oh Gott, ich habe irgendwie Angst. Kann ich nicht aufhören? Ist gut, dass man das Spiel heutzutage noch verarschen kann. Schlimm wäre es, wenn du ziehst. Und wie du ziehst, geht die Dürre zu. Ja! Okay, interessant. Hallo? Sonne. Und Mond. Okay, das war's. Okay. Gut. Ich habe alle Karten benutzt. Hey, wir hatten jetzt viermal Tod dabei. Aber das braucht kein Zähne als Schluck. Aber du hattest zum Schluss Sonne und Mond, ne? Bei Insanity, guck mal. Ja. Aber die Kerze hat nicht gewartet. Jetzt ist aus. Aber trotzdem ist er nicht ausgepustet worden. Ich geh da nicht nochmal rein. Ich geh. Soll ich mitkommen? Viel Spaß. Hat er ein Feuerzeug dabei? Jaja, das hat er einstecken. Wenn er jetzt stirbt, muss man rein und fotografieren, ne? Manne, warum sagst du sowas? Warum sagst du sowas? Das oben ist ganz schön Wichs hier unterwegs. Naja. Ach, da waren wir doch. Und die Kerzen überhaupt? Oh. Dazu brennt. Echt? Ja. Er will nicht pusten. Dann nicht. Er hat keine Lust zum Pusten. Dann soll doch immer erst blasen. Er hat aber keine Lust drauf. Hey, merk ich schon. Ist er eingetragen? Der Wiedel. Ich hab einen getragen. Ja. Ja. Gut. Dann mach zu, die Puder. Ich geb vor mal los. So. Mal sehen, ob meine Theorie richtig war. Ich bin ja mal gespannt. Es war ein Oni. Es war ein Oni. Es war leider ein Oni. Wir haben doch das Ob gesehen. Hm.